Kapitel 13 Der Zeitpunkt der Entrückung Zum Zeitpunkt der Entrückung gibt es mehr oder weniger drei Meinungen. Die allermeisten erwarten die Entrückung am Beginn der 70. Jahrwoche. Andere vermuten, dass die Entrückung in deren Mitte liege. Wieder andere vertreten die Ansicht, dass sie am Ende der 70. Jahrwoche stattfinde. Wir haben oben gesehen, dass zu Beginn der 70. Jahrwoche die Wiedergeburt Jerusalems durch die Belagerung eines fremden Heeres erfolgt. Das Haus David und die Bürger Jerusalems gehören dann zur Leibesgemeinde Jesu Christi, denn sie sind wiedergeborene Christen. Das fremde Heer zieht dann, wie bei Hiskia, unverrichteter Dinge ab, ohne die Stadt Jerusalem eingenommen zu haben. Darauf folgt der Dienst der beiden Zeugen für die Dauer von 1260 Tagen. Das ist die erste Hälfte der 70. Jahrwoche. Denn nach dem Tod der beiden Zeugen herrscht der Antichrist 42 Monate und 42 Monate lang zertreten die Heiden die heilige Stadt. Das ließen aber die beiden Zeugen zu Lebzeiten nicht zu und sie hätten auch die Macht, dies zu verhindern. Deshalb müssen sich die 42 Monate der zweiten Hälfte der Jahrwoche an die 1260 Tage der ersten Hälfte anschließen. Wenn nun aber die beiden Zeugen Christen sind, werden auch sie bei der Entrückung dabei sein. Weil ihr Dienst aber 1260 Tage, also dreieinhalb Jahre dauert, kann die Entrückung nicht am Beginn der 70. Jahrwoche, sondern frühestens in der Mitte der 70. Jahrwoche liegen. Wenn aber die beiden Zeugen ihren Dienst beendet haben, werden sie nach 1260 Tagen, also in der Mitte der 70. Jahrwoche, vom Antichristen getötet. Sie werden nicht begraben, sondern ihre Leiber liegen auf der Straße der großen Stadt. Das ist Jerusalem. Nach dreieinhalb Tagen fährt der Geist des Lebens von Gott in sie, sie werden lebendig und sie steigen auf in den Himmel in einer Wolke. Das ist die Entrückung. Die ungeklärte zeitliche Angabe ist nun eben diese Formulierung von dreieinhalb Tagen. Wir werden sie auch hier nicht letztendlich auflösen können, wollen sie aber dennoch diskutieren. Wenn man annimmt, dass die dreieinhalb Tage wörtlich zu verstehen sind, wäre die Entrückung in der Mitte der 70. Jahrwoche, nämlich 1260 Tage plus dreieinhalb Tage, also 1263,5 Tage nach der Wiedergeburt Jerusalems. Allerdings kennt die Bibel keine solche Frist. An keiner anderen Stelle in der Bibel ist sie erwähnt. Außerdem würde diese Frist den Aussagen in Offenbarung 12 widersprechen, denn dort ist die Rede von Menschen, die sich eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in der jüdischen Wüste vor dem Antichristen verstecken. Weil er sie nicht töten kann, wendet er sich gegen die übrigen der Nachkommen der Frau, die Christen sind, weil sie laut Offenbarung 12 das Zeugnis Jesu Christi haben. Und da der Drache, der Teufel, sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte, Jerusalem. Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernährt würde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte. Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss. Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Zusammenfassend könnte folgendes Szenario ablaufen. Jerusalem wird in der Endzeit isoliert und von einem fremden Heer belagert. Durch diese Belagerung werden in Jerusalem das Haus David und die Bürger Jerusalems wiedergeboren. Sie sind an Jesus Christus gläubig geworden. Danach zieht das Heer unverrichteter Dinge wieder ab. Das ist die erste Belagerung. Durch den Verkündigungsdienst der beiden Zeugen, der 1260 Tage dauert, werden auch im Umfeld Jerusalems, in Judäa, Juden zu Christen. Nach 1260 Tagen, nämlich wenn die beiden Zeugen ihren Verkündigungsdienst beendet haben, wird Jerusalem erneut von einem Heer belagert. Das ist dann die zweite Belagerung. Diese Belagerung wird dazu führen, dass das Heer des Antichristen Jerusalem erobert und die beiden Zeugen tötet. Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 15, Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf, als dann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist. Wenn sie also sehen werden, dass Jerusalem von einem Heer belagert und erobert wurde, dann sollen die an Christus gläubigen Juden, die im Umfeld Jerusalems wohnen, nicht in die Stadt hineinfliehen, sondern in die jüdischen Berge. Dort werden sie überleben, bis Christus kommt. Die beiden Zeugen jedoch, das Haus David und die Bürger Jerusalems, werden dann vom Antichristen getötet und den Märtyrer totsterben. Ihre Leichname werden dreieinhalb Tage, eventuell dreieinhalb Jahre, auf der Gasse der großen Stadt liegen und nicht begraben werden. Danach wendet sich der Antichrist gegen die in die Berge, in die jüdische Bergwüste geflohenen Christen und versucht sie ebenfalls zu töten. Die Bibel beschreibt dies mit einer Flut, die der Antichrist ihnen hinterher schickt, aber die Erde hilft der Frau und verschluckt die Flut. Danach wendet sich der Antichrist gegen die übrigen, die auch Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben, Offenbarung 12, Vers 17. Es gibt also auch noch Christen, die sich nicht in der Bergwüste Judas verstecken, sondern die sich an anderer Stelle in Israel oder der übrigen Welt aufhalten. Die Verfolgung dieser Christen wird sehr hart werden und eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit dauern, nämlich genauso lange, wie die Frau in der Wüste versorgt wird. Während dieser dreieinhalb Jahre, der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, steht, wie Jesus sagte, der Gräuel der Verwüstung in der Stadt Jerusalem. Von dort aus wird eine gottlose Regierung dem Antichristen dienen. Weil aber die Frau zweimal flieht und sowohl 1260 Tage als auch noch einmal eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in der jüdischen Wüste versorgt wird, ist es naheliegend, dass dies die komplette 70. Jahrwoche, also rund sieben Jahre, umfasst. Das wiederum würde dazu führen, dass die Entrückung erst nach Ablauf der 70. Jahrwoche geschieht und dann müssten die beiden Zeugen ebenfalls dreieinhalb Jahre auf ihre Auferstehung warten und nicht dreieinhalb Tage. Kapitel 11 und Kapitel 12 der Offenbarung passen also nur dann zusammen, wenn die Formulierung dreieinhalb Tage als dreieinhalb Jahre verstanden wird. Dann müsste man aber die in Offenbarung 11 genannten dreieinhalb Tage als eine Umschreibung für dreieinhalb Jahre deuten und dürfte sie nicht wörtlich verstehen, was ja grundsätzlich auch argumentierbar wäre. Allerdings verstehen wir im gleichen Kapitel die 1260 Tage des Dienstes der beiden Zeugen als tatsächliche Tage und nicht als Jahre. Damit wäre die Lesart des Textes allerdings uneinheitlich und das sogar innerhalb eines Kapitels, was zu der grundsätzlichen Frage führt, ob man den Text derart losgelöst vom Buchstaben auslegen darf. Versteht man also die dreieinhalb Tage wörtlich, wäre die Entrückung in der Mitte der 70. Jahrwoche. Dieser Zeitpunkt passt aber nicht mit den Aussagen in Kapitel 12 der Offenbarung zusammen. Versteht man hingegen die dreieinhalb Tage im Sinne von dreieinhalb Jahren, würde das inhaltlich mit Offenbarung 12 zusammenpassen. Jedoch spricht der Text eindeutig von dreieinhalb Tagen. Dieser Widerspruch ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aufzulösen. Insofern ist die Frage, ob die Entrückung in der Mitte der Jahrwoche oder erst am Ende der Jahrwoche sein wird, nicht endgültig zu beantworten. Im vorliegenden Buch wird der zweiten Version der Vorzug gegeben, der eine inhaltliche Harmonisierung der beiden Kapitel 11 und 12 ermöglicht, also die Entrückung am Ende der 70. Jahrwoche ansiedelt, in dem Bewusstsein, eine wörtliche Zeitangabe von Tagen als Jahre zu deuten, trotz der damit verbundenen Inkongruenz wörtlicher Auslegung. Vielleicht kann hierzu in späterer Zeit, wenn Gott für diese sehr komplizierten und verschlüsselten Bibelfersen nicht gibt, mehr gesagt werden. Was eindeutig aus dem Obengesagten abzuleiten ist, ist die Feststellung, dass die Entrückung zumindest nicht zu Beginn der 70. Jahrwoche stattfinden kann.